guten morgen morgen in wandern ja das habe ich schon gesagt ich weiß nicht wohin darauf moschus ochsen schauen wieder zurück und wie hat es krassen wo wir hier haben schnau wieder aussichtsbompt schauen wir mal ob das mein fuß mitmacht so leute die teile da schauen wir uns vielleicht an die haben immer so einen geilen mittelscheitl naja stell dich mal daneben die haben die gleiche frisur wie du lustig so ein flüsschen eine brücke und ein hund der zieht obwohl er schon uralt ist die herbst färbeln Die Wandergrube hat sich kurzzeitig verkleinert, weil Micha die Drohne vergessen hat und jetzt, Mann, der muss noch mal zurück, weil ihr könnt ja die Moschus Ochsen von der Luft ausfilmen. Die Frage ist ja nur, ob wir welche sehen. Aber es geht stetig bergauf. Finni und ich schnaufen jetzt schon. Wir haben beide schon die Schnappatmung, gell, Finni? Oder? Hast du auch schon die Schnappatmung? Ja, ne? Jetzt gehen wir halt mal langsam weiter, weil der holt mich eh gleich ein, Micha. Also, bis dann. Jetzt haben wir es fast geschafft. Also zumindest haben wir jetzt die Steigung fast. Ich schau aus, schaut mal her, wie rot. Und ich habe schon die erste Brise nach Kuh gerochen. Bilde ich mir ein. Also Schafscheiße riecht nicht so extrem. Vielleicht haben wir ja Glück. Der Micha ist immer noch nicht da. Und der Fin und ich, wir latschen halt jetzt mal weiter. Und ich schwitze jetzt schon. Und das in Norwegen. Finni, du sollst jetzt mal nicht die Heidelbeeren und noch nicht einmal die Breiselbeeren essen. Ich weiß nicht, ob die das schmeckt und ob das gesund ist. Okay. Bis dann. Auf unserer Expedition zu den Moschusochsen, wo wir ja bereits die Hufabdrücke und die Kacke gesehen haben, haben wir jetzt Wildpferde entdeckt. Oh Mann, ist das schön. Und dahinter der Gletscher. Unglaublich. Das ist so schön. Ich liebe Pferde. Da kommt das Pferdemädchen in mir durch. Okay. Schaut euch das an, wie schön. Ist das ein Traum. Das ist ja wie aus dem Booster. Ist das schön. Also Leute, ich bin eben im Pferdehimmel. Es ist unglaublich. Da kommst du auf diese Hochebene, suchst irgendwelche nicht besonders schöne Uchsen und triffst wunderschöne Pferde, die sich auch noch schon von selber streicheln lassen. Ist hergekommen und sich streicheln lassen. Unglaublich. Ich bin begeistert. Und unser Hund hat auch durchgekreiden. Oh, was jetzt kommt hin. Aber die Expedition geht weiter. Wir sind immer noch auf der Sunke nach Moschusochsen. Hoffentlich haben wir Glück. Es regnet. Wir haben einen einzelnen Booster Ochsen gesehen, auf 100 Meter Entfernung. Michael ist total verrückt, das Ding zu fotografieren. Ich nehme jetzt meine Regenjacke mit, weil es schifft wie die Sau. Und so sieht es dann aus mit Regenleidung. Wir haben noch Michael schon wieder verloren. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, der ist hinter mir. Aber, der scheint trotzdem noch diesen Büffel zu fotografieren. Der, der ja so weit weg ist, dann kriegt man ja eigentlich eh hin zu schedern. Aber, naja, da finde ich und ich, wir warten jetzt noch, weil eigentlich haben wir jetzt fertig mit dem Wandern. Wir haben jetzt eigentlich alles abgehakt. Das Wetter ist mittlerweile beschissen. Da hinten regnet es, wie man sieht. Bei uns ist jetzt die Beuge durch, aber ich lasse jetzt die Regenjacke dran, einfach aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass es uns wieder eingeseift. Naja, wir schlendern halt jetzt da Finn und ich. Der Michael ist ja eh schneller. Der holt uns schon ein. Den habe ich jetzt eh schon wieder verärgert, weil ich angefisst war vor dem Wetter. Der weiß genau, dass ich jetzt hasse, den Regen zu wandern. Oh, naja. Jetzt denke ich halt wieder, ein ganzer Urlaub ist scheiße. Aber vor drei Wanderungen haben wir jetzt zwei mit blödem Wetter. Oder relativ blödem Wetter. Und eine mit schönem Wetter. Ja, die mit dem schönen Wetter, die hat mir halt natürlich besser gefallen. Ich bin es halt einfach nicht so. Komische Wetter. Aber egal. Heute haben wir auf jeden Fall noch einiges vor. Ich glaube, wir fahren halt Richtung Wallandekstraße. Irgendwie so. War mal im Gespräch. Ich hoffe, das ist noch richtig. Aber. Ich lass mich mal überraschen. Ja. Ich mach jetzt nochmal nur einen Umblick. So, ist euch schon schlecht. War euch zu schnell. Ja. Da hin ist der Weg. Da ist der Berg. Und da muss man hin. Wenn ich so filme. Können wir eigentlich sagen. Ich hab das schönste Wetter. Ja. 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 Amen. 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 der ist aber jetzt noch mal abgebogen hat die noch einmal jetzt fotografieren wollen ob ich das auch anschauen will aber ehrlich ich habe einen jetzt von weitem gesehen am berg das reicht mir die gefallen mir im zoo schon da bin ich schon immer am gehege weiter gegangen also muss ich mir die jetzt in echt nicht auch noch anschauen ich habe einen gesehen und das reicht von weitem gut ist da finde ich wir schlagen uns jetzt durchs gestrip und gehen wieder richtung wohnmobil irgendwann kommt dann der micha und holt uns ein mit unum glück war wahrscheinlich jetzt da mitten im wald noch so geil treffen also ich lege jetzt keinen wert drauf aber ja und so ist kann man es auch nicht ändern das mit dem wegrennen wird es ein wenig schwierig ich mit meiner blasen am fuß und der findet seiner 14 wir sind potenzielle opfer naja also wir versuchen da jetzt mal bergab ohne größere blessuren zu kommen und dann sehen wir uns später morgen und dann sehen wir uns später hier in der nächsten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind jetzt nach den Moschus-Ochsen beim nächsten Highlight angekommen und zwar wo? Bei den Strudeln. Das heißt Mega Laupet. Es sind Auswaschungen irgendwie in den Felsen, aber ich habe mir mehr darunter versprochen. Wenn ich in die Badnacht-Klamm gehe, sehe ich mehr. Ja, aber das ist ja dann nicht so. Aber vielleicht ist auch mehr weiter hinten, wo man dann noch hingehen kann. Vielleicht sieht man da noch was. Ich weiß, die Kamera weg. Also gut, wir schauen. So ungefähr schaut das aus. Und damals, wie ihr nicht siehst, hängen wir mit der Drohne drinnen. Ja, wo wir das denken. Weil das hängen wir mehr. Ja. 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 Amen. 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 Amen.